Ist das wirklich so crazy? Ja, du hast es komplett aus, Digga. Also Leonie, hast du schon Jahren in deinem FL? Ähm, ja. Hast du Kris in deinem FL? Kannst du kein Kondom leisten? Ja, keine Unterhosen leisten. Du, dir kein Kondom, nur vorhand. Und ich hab schon Führerschein. Du hast mit 16 Jahren gerechnet. Die können dich jederzeit fahren. Ja? Okay. Wir haben Ausnahme gemacht. Er kann sich zwar viel leisten, aber er hat nicht mal Geld für Essen. Was? Sag mir deine Adresse. Ich komm, ich kill Jan. Was geht, Freunde? Damit doch ein herzliches Willkommenswerter & Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und zwar seht ihr schon, wir haben zwei Kollegen in der Lobby. Und die haben vorher geschrieben, Freunde, wie gesagt, sie wollen ein Mädchen klären, Freunde, wie gesagt, aber sie können sich nicht entscheiden und so. Und ich sollte ihnen dabei helfen, einfach. Ja, die sind alle im Call dabei, sogar das Mädchen ist im Call dabei. Und ja, wie gesagt, die beiden auch. Und ich soll denen helfen, also was ist das Problem, Leute? Was funktioniert da nicht? Ja, also ich bin, also ich bin der Prissy, ich bin 16 und gehe in dieselbe Klasse wie dieses Mädel hier im Talk. Und was ist jetzt das Problem? Und die, die ist so richtig hot, ihr Name ist Leonie. Und noch was, so dieser Jan, der mit uns in der Lobby ist, der macht so richtig Auge auf die und das will ich verhindern. Jan, was hast du zu deiner... Also ich bin Jan und Grezi soll mal kein Auge machen, weil ich finde Leonie voll hot und wenn er sie anfasst, schlage ich den. Okay, ja, wie gesagt, ja, was sagt Leonie dazu? Leonie, wen magst du mehr von den beiden? Kannst du dich nicht entscheiden? Ich bin Leonie, 16 Jahre alt und ich kann mich nicht entscheiden, wen ich von den beiden mehr mag. Okay, ja, wie machen wir uns das jetzt aus? Also, wie gesagt, ich würde sagen, wir gehen da mal chillig in eine Rollball-Runde hinein und ja, ihr versucht euch, Leonie, also zuerst kommt jetzt der liebe Krizi dran. Du darfst den Glück versuchen, Leonie würde ich sagen, er hat eine Minute Zeit oder so und danach der Jan und es ist, ja, und du entscheidest dich nach für einen von den beiden. Also, ich würde sagen, die Runde, wir machen jetzt eine Runde, da hat jetzt der Krizi Zeit, ja, dich zu klären und danach hat er Jan Zeit nach der Runde, also ich bin gespannt. Also, Leonie, wenn das passt für dich, oder? Ja. Okay, passt. Also, von letztem Wort. Also, jetzt geht's gut, Krizi. Ja, also Leonie, ich bin hier Krizi, hast du auch schon über mich alles gehört? Ich bin 16 und gehe in die selbe Klasse wie du. Also, ich bin neu in deiner Kasse. Und ja, ich will dich als Jan. Und dieser Jan, den Pisser, den kann ich Totschlang für dich. Einfach jede Zeit. Und auch wenn du willst, ich bin reich. Also, lohnt es sich. Ich kann dir jede Zeit Macbook und so kaufen. Alles. Ich würde sagen, jetzt du mal da Jan etwas erzählen. Also, Jan, jetzt viel Glück an dich, Bro. Also, ich bin Jan. Und ich bin etwas länger schon in Leonies Klasse. Und, äh, da das jetzt einfach, äh, Krizi gekommen ist und sie mir klauen will, obwohl ich richtig lange schon auf der stehe. Und ich hab auch, äh, ich bin auch, hab auch richtig viel Geld, kann dir richtig viele Sachen kaufen. Und halt, der Krizi, der, äh, der ist nur seit paar Tagen in der Klasse und fühlt sich schon richtig cool, obwohl der eh nix kann. Ich würd den eh zusammenschlagen. Also, wenn der dich anfasst oder so. Und, ja. Was sagst du? Ja, wie machen wir das jetzt, Leonie? Für wen entscheidest du dich eher? Aber ich hab noch was. Ich will mir Bank Eisram für dich. Oh, das ist heftig. Ja, Leonie, wie gesagt, du musst dich entscheiden. Wer hat jetzt die erste Runde mal gewonnen? Hm, ähm, ich glaube, der Jan hat gewonnen. Wirklich? Warum? Ja, weil er sehr gute Argumente gemacht hat. Okay, also Krizi, du musst auf jeden Fall nachlegen. Also, wie ich sag, ich würd sagen, wer jetzt das letzte Tor schießt, der hat schon mal einen Pluspunkt, oder Leonie? Wer jetzt das letzte Tor schießt. Ja. Okay, Freude, let's go. Wenn ich schieß, hab ich das Pluspunkt, glaub ich. Kapi. So, let's go. Ja, Brawl vorbei. Ja, okay, niemand hat das Tor geschossen. Also, würd ich sagen, in der zweiten Runde, was machen wir in der zweiten Runde? Ja, klar. Wir machen einfach ein 1 vs. 1, oder? Ja, ich nehm den Hund, die Jan Hobbs. Also, ich würd sagen, ja, nein, ich würd sagen, Leonie, wir machen's so. Und zwar machen wir du, Shodan. Zuerst spielst du beim lieben Krizi mit, und dann beim Jan. Und wer da öfters gewinnt. Okay. Dann würd ich sagen, stellen wir jetzt ein Testspiel. Ihr joint jetzt. Die erste Runde spielt der Krizi mit Leonie. Und ja, Freunde, wie gesagt, und zwar muss halt der lieber Jan versuchen, Leonie zu killen. Wenn er das schafft, hat Krizi einfach verkackt, Freunde. Und da machen wir dasselbe umgekehrt. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, Freunde, let's go. Macht mal ready. Ich bin gespannt, Freunde. Wer da jetzt die erste Runde schon mal gewinnen wird. Und währenddessen, ich würd sagen, erzähl mal, der Krizi versucht mal wieder sein Glück. So falsche Tassen gedrückt, ich mein. Also, Krizi, versuch jetzt, Leonie. Ja, wie gesagt, schleim dich ein bisschen an. Ja. Ey. Ich hab sogar einen AMG von meinem Vater genietet. Mit 600 PS. Also, und ich hab schon Führerschein. Also. Du hast mit 16 Jan gehört. Die haben dich jederzeit fahren. Ja. Okay. Die haben eine Ausnahme gemacht. Okay. So, jetzt, jetzt, jetzt hol ich den Jan weg. So, hopps, genau. So, Jan. So, Jan, was sagst du jetzt? Oh. Jan, bitte? Du musst Leonie holen, wie gesagt. Ja, Alter, dieses Gadget. Ja, Jan, du bist halt ein Bot. Oh, Jan, das machst du dir gefallen? Du verlinkst jede Runde. Ey, nein. Ja, Jan, den AMG hast du eh nur von mir gemietet. Ey, Freunde, das ist Leonie. Friese, bist du gestorben oder hast du das... Er ist einfach gestorben. Oh mein Gott, Freunde. Dann holen wir Leonie weg. Alter, wie kann man... Nein, nein, nein. Komm, Leonie, überleb, überleb, Leonie. Leonie, überleb. Ey. Komm, komm, überleb, überleb. Hol ihn weg, überleb. Nein, ich bin da. Ich bin Burkhardt. Boah, Jan, das lass dir gefallen jetzt. Okay, wir holen erstmal den Bot. Für die Cubes. Und letzt... Nein. 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 Ich hab hier... Jan, Leher, Gigi. Aber by the way, denn Mohamed, also dieser Jan, also Mohamed ist sein Zweitname, der hat den AMG, der hat nicht mal ein AMG. Also der kann dich nie ins hinfahren. Der kann dich nie ins hinfahren. Also... Du musst es zu Fuß. Also... Krise, du hast es geschafft... Krise, du hast es geschafft, jetzt... Du hast jetzt gewonnen. Also... Jan hat verkackt. Ja, Jan, du kleiner... Du kleiner... Krise, jetzt musst du dein Bestes geben, um, ja, Leonie zu holen. Jan muss sie verteidigen auch. Ja, 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 Jan, Junge. Ja, mal schau, was Jan macht. Er hat eh noch keine. Ja. Verkackt, ey. Jan, was sagst du zuerst? Ach so, der hat nicht mal welche. Ja, Jan, ich kann deine Ehre easy nehmen. Also Jan, von mir aus? Ah, ey! Ey, wie viel seid ihr? Okay, ihr habt es beide nicht geschafft, Leonie zu holen. War auf jeden Fall zu schwer. Kapi? Was ist zu schwer? Du hast sie verdeutigt, Namunakum. Ja, jetzt holen wir Bots. Aber okay, die werden eh nicht gewinnen. Das sind eh keine Bots, Alter. Namunakum. Komm, Trefti! Nein, 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 nein. Kann man so Hops nehmen? Guck, Jan hat keine Burg ein. Was ist? Das ist total schlecht. Was? Was? Warum verliert ihr? Unter wie schlecht bist du eigentlich? Ich wollte ganz normal hier Dings klären. Nein. Und du verlierst? Leonie, was sagst du? Wer hat dich jetzt besser beschützt? Wer ist denn Beschützer? Der Träger. Okay. Würde ich sagen... Machen wir ein 1 vs 1 zum Schluss. Ja, okay komm. Von mir aus. Okay, 1 vs 1. Ich nehme deine Mutter Hopsi an. Also Leonie, wie gesagt, du entscheidest dich jetzt, dass jetzt Griesi dich besser verteidigt hat. So vorher hat jetzt Jan den Punkt bekommen, oder? Und jetzt der Griesi. Ja. Okay, dann würd ich sagen, bist du damit einverstanden, wenn die jetzt ein 1 vs 1 um dich machen? Ja, ich bin gespannt, wer gewinnt. Okay. Du musst mal seiten tauschen. 1 vs 1 Freunde. Let's go, eh. Ich würde sagen, Leonie, wir mischen uns gar nicht ein. Wir holen uns die Bots weg einmal. Die machen ein 1 vs 1. Also ich sage euch, wenn ihr dann das 1 vs 1 machen dürft, zuerst die Bots wegholen. Nur mal so eine Skillmap. Und ihr dürft es keine Cubes einsammeln. Also ihr dürft es keine Cubes einsammeln. Ja, keine Cubes. Wer einen Cubes sammelt, hat verloren. Ja, wer gewinnt, hat die Hand von Leonie. Aber ihr müsst auch versuchen, jetzt Pluspunkte zu sammeln noch, Freunde. Sucht noch ein paar Pluspunkte zu sammeln. Ja, ich... Leonie, ich kann auch eine Lemosine mieten. Oh, Blitz, ich glaube, du wirst da mit so einer unten durch. Vielleicht steht Leonie nicht so oft, gell? Weißt? Was ist eigentlich mit dem Jan? Jan, sammle du mal Pluspunkte. Von dir haben wir ziemlich wenig gehört. Jan? Hast du auch eine Lemosine? Ja, dann überlegen. Jan, hast du auch eine. Jan, hast du auch eine. Ah, ich hab Jan. Ich hab Jan. Eh, noch nicht killen. Ihr dürft euch nicht killen. Ach, ja, egal. Ich hab den Ehops genommen. Eh, was macht Leonie nicht killen? So. Hat er eh nur geklaut, weil er kein Geld hat, sich irgendwas zu kaufen. Nein, natürlich. Das hab ich von... Riese, hast du jetzt verloren? Das Geld. Warum verloren? Ich hab gewonnen. Ihr dürft euch nicht killen. Da gibt's sogar... Da gibt's sogar... Da gibt's sogar genug, also. Kannst du dir alles machen. Wirklich alles. Und Jan? Er kann sich zwar... Er kann sich zwar viel leisten, aber er hat nicht mal Geld für Essen. Aber weißt du, was du dir nicht leisten kannst? Weißt du, was du dir nicht leisten kannst? Weißt du, was du dir nicht leisten kannst? Ähnlich killen. Du kannst dir kein Kondom leisten. Ja, du kannst dir keine Unterhosen leisten. Du... Du dir kein Kondom, nur Pfund. Ja, weil ich keinen brauche. Ey, Freunde. Komm dir in die Mitte. Okay, okay, Loni. Du wirst nicht glücklich sein mit ihm. Hast du gehört? Ja. Okay. Freunde, ey. Ja, also... Nicht sterben. Wir müssen jetzt diese Bots wegbekommen. Digga, ich hab so Lecks, ne? Ey, ich hab so Lecks. Ja, er ist tot. An meinem Bett verreckt. Ich hab so harte Lecks. Wenn du nicht mal zacken kannst, kann er gegen die Störung. Das ist auch wirklich so. Der verliert gegen einen Bock noch Front jetzt mal. Kannst du nicht mit der kochen? Doch, was? Ich soll ja vergessen. Wollen wir nicht nur Pizzabreutchen bestellen? Ja. Er ist eh dessen. Witzabreutchen grüße gemacht. Witzabreutchen. Witzabreutchen. Leonie, was machst du? Ey, nicht killen. Ey, nicht killen. Nein, ich hab nicht gewusst. Ey, nicht killen. Ja, okay. Leonie hat sich gemutet. Ich hätte dir auch Witzabreutchen zahlen können. Ey, wer ist... Wie viele Liede, wie viele Liede Stütze schaffen? Du kannst nicht ein Kondom leisten, Digga. Wie ist denn das? Ey, nicht killen. Nicht killen. Nicht killen. Hab ich bei dir helfen. Ey, waste ein Gadget. Ich musste wegen dir ein Gadget wasten. Ich hab nur ein Gadget. Ich hab nur ein Gadget. Egal, ich schau euch zu. Ja, wir schaffen doch. Ich hab nur ein Gadget. Ich hab nur ein Gadget. Ihr trefft euch jetzt in der Mitte. Und nehm drei Cubes. Nehm drei Cubes. Lassen Jan noch die Ulti holen. Ich will die Ult. Ich will die Ult. Ich bin für sie. Ich bin für sie. Ich bin für sie. Holt euch den Bull. Ja, okay. Ja, okay. Wir holen uns den Bull. Nice. Also Leonie, ich würd sagen... Leonie, du darfst jetzt entscheiden, wer für dich gewinnt und wie das 1v1 so aussehen soll. Jetzt kommen wir weg. Geh auf die andere Seite. Ja, ich bin nicht eh, du Hellenlegger. Leonie? So. Ja. Du darfst jetzt entscheiden, wie das 1v1 so aussehen soll und wer dann für dich gewonnen hat. Okay. Ein Gadget, das ist mein Problem. Ein bisschen geflext und so. Aber wie sieht's aus mit Liegestütze und so? Wie viel Schaffst du jetzt? Ja Junge, ich hab nur ein Gadget. Wie unfair ist das denn? Ja, ich hab nur ein Gadget gehabt, Junge. Das ist so unfair. Ein Gadget. Ja, ich hab von morgen ein Gadget gehabt. Ein Gadget gehabt, Junge. Von morgen. Mit ein Gadget. Hey, hört jetzt auf. Leonie entscheidet jetzt. Leonie, wen nimmst du? Ich denke, ich geb Jan mal eine Chance. Jan, gibst du eine Chance? Also Jan, was sagst du jetzt dazu, dass sie dir die Chance gibt? Verdient oder nicht verdient? Also. Unverdient. Unverdient. Weil ich ihn, weil ich Christi Kondom-Tops genommen habe. Und das mit... Weißt du, Obst? Du hast den... Du hattest drei Gadgets zu lassen. Die Moutine stimmt gar nicht, weil er sich nicht... Die Moutine stimmt gar nicht. Und du kein Kondom, Digga. Es wird... Ich zahl... Leonie, ich zahl dir Pizza-Brötchen. Auf meinen Nacken. Huh. Also. Ich darf noch Pizza-Brötchen. Wenn man einen Dönerladen hat. Wer braucht schon... Links... Wer braucht schon den... Wer braucht schon den... Wer braucht schon den... Wer braucht schon den Freude, weil er keinen Kondom hat, Digga. Die hat... Ja, ich. Äh... Riesi, was laberst du eh? Junge, das Video wird gelb. Das ist ja wirklich so, Riesi. Du hast gesagt, du rast komplett aus, Digga. Nein. 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 Leonie, hast du schon Jan in deiner FL? Ähm... Hast du Grisi in deiner FL? Nein, ich habe sie nicht. Dann lösch ihn. Ich habe ihn geschickt. Er hat einfach verpackt. Ich habe ihn auch gerade geschickt. Dann Grisi, offiziell... Sag mir deine Adresse. Ich komme. Ich kill Jan. Junge, nur wenn er gewonnen hat, weil er ein Getrid mehr hatte. Junge, du hattest ein Getrid mehr, du kleiner Pisser. Das war gar nicht fair, Amor Sikim. Ja, weil ich nicht so tryharden musste gegen die Bots, weil die mich nicht kennen wollten. Du Penner, ich nehme an, Digga. Du hattest mich angehittert, Digga. Ich musste wegjumpen, du Penner. Aber okay. Ja, okay. Was ist jetzt? Ja, dann würde ich sagen, Grisi... Was ist jetzt? Was ist? Jan, Jan hat nicht gewonnen und wird nie gewinnen. Grisi, an deiner Stelle jetzt. Geh dich ein Gramm. Schaffel geht auf mich, Bro. Ich könnte dann... Ne, Mann. Das... Ne, ne, ne. Ey, Grisi, gib zu. Jan hat einfach gewonnen. Er kommt halt besser bei mir. Machst du gewonnen? Er hatte ein Getrid mehr, bist du komplett behindert? Ja, das... Er hat ein Getrid mehr gewonnen. Das war einfach ein Zufall. Was für Zufall? Ein Getrid mehr als Zufall? Ja, er hat... Nein, ich verbrauche mich nicht gegen Bord, um zu überlegen. In Grisi weinst du jetzt? Nein, Junge, du hast mich angehittert. Dann muss ich wegjumpen. Du hast gerade mal 1.000 Vokale. Ja, du hast dir gerade mal einen runtergeholt. Also geh mal weg. Ey, Leonie, was sagst du jetzt dazu, was sie da ist? Ja, Leonie, falsche Entscheidung. Du tust mir leid. Der hat kein Kondom. Also... Deine Schuld. Du tust mir leid, dass du einen Freund hast. Dass du... Du hast Glück, dass du einen keinen Freund hast. Ey! Sprachfehler. Ja, Junge. Guck, er kann nicht mal Deutsch. Ja, egal. Er kommt halt besser bei Leonie an. Der Korn kann kein Deutsch. Der hat kein Kondom. Was willst du mit dem Abfang, Digga? Beleidige nicht. Ich habe jede 5 Sekunden genug. Ja, ey. Was für... Ich sage nur, was du nicht haust, Digga. Zum Beispiel den AMG hast du nicht. Doch, klar. Von meinem Vater erklärt anders. Niemann. Ich habe... Ich habe ein... AMG selber gekauft auf meinem Nacken. Du musst von deinem Vater. Wahrscheinlich selber gebaut aus einem Dreirad oder so. Und dann sieht es so aus wie ein Laden. Nee! Was sagst du? Nee, 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 nee. Aus deiner Mutter, ihrer Haut. Die Hoffnung ist verloren, Digga. Jan hat's verdient. Jan, GG. Oder, Leonie? Was sagst du? Letzte Worte, Leonie. Ja, Leonie. Leonie, dein nur Schuld, Digga. Der kann kein Deutsch und hat kein Kondom. Ja! Ah, weh wieder, Digga. Sie können ja auch ohne... Leonie, oder? Ja, Leonie. Ihr könnt ja auch ohne Kondom auch Spaß haben. Also... Daran liegt's nicht, Risi. Ich meine nur, ich nehme eh die Leonie jeden Tag nach der Schule mit zu mir nach Hause. Also... Ist das mir egal. Ich will ja nur diese Sachen machen, nicht irgendwas anderes. Ja, ich... Was sagst du? Junge. Ich hab doch ne AMG-Jubel! Ja. Und du? Und du? Und du? Und du? Also... Schluss. Schluss. Hört auf. Das hat keinen Sinn mehr, Grisi. Was für Schluss? Für mich? Also schlussendlich. Stopp jetzt. Jan, du hast gewonnen. Die Uni hat sich für dich entschieden. Ja, Jan, du ja. Jan, du ja. Jan, du ja. Du ja. Du bist ein unvollständiger Geist. Macht's gut, Freunde. Oh mein Gott. Was war das wieder?